Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf die OGG. Wir sind wieder zurück am Start, meine lieben Freunde. Ja, ja, ich weiß, ich war lange nicht am Start, meine lieben Freunde. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte viel um die Ohren, viel, viel, viel um die Ohren, viel zu tun gehabt. Bin umgezogen, meine lieben Freunde, ja. Ich dachte mir mal so ein kleines Retalk-Video, was so gerade im Moment bei mir so abging, damit ihr nicht denkt, oh Alter, der hat uns völlig vergessen, der hat YouTube komplett sausen lassen. Nein, Freunde, ich bin immer noch da, ich bin immer noch am Start, aber ich bin derzeit leider nicht aktiv gewesen. Es tut mir wirklich leid an die Community von mir, mein hässliches, es tut mir leid, bla bla bla. Auf jeden Fall wird es demnächst wieder neue Videos geben. Ich bin wieder am Start, Freunde, ihr habt das Intro gehört, die OGG ist wieder am Start. Warum gab es wirklich lange Zeit keine Videos mehr? Also, Freunde, ganz ehrlich, ich bin keiner, der irgendwie ankündigt, ey, ich mache jetzt Pause oder ich höre jetzt kurz auf oder ich habe dies oder das oder dies. Ich bin nicht so ein YouTuber, Freunde. Wenn, dann mache ich das und bin dann weg. Ja, bin nicht mehr aktiv und mache gar nichts mehr, bevor ich irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Promovelle mache oder sonst was, Freunde. Ihr habt mich... Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich noch kurz sagen wollte. Retalk-Videos wird es oft geben. Natürlich gehen wir wieder los mit Rap-News und Rap, 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 Rap. Da ging natürlich wieder viel ab und es ist echt schwer, nach langer Zeit wieder vor der Kamera zu stehen, meine lieben Freunde. Ja, ich bin auf jeden Fall immer noch da und bleibe auch da und ja, peace and out, meine lieben Freunde. Die nächsten Videos nicht verpassen, abonnieren und de-abonnieren. Nein, natürlich nicht abonnieren und ja, hin und wieder mal auf, wieder mal mit Kamera. Ja, gab es ja wirklich lange nicht mehr. Ja, meine lieben Freunde. Ich danke euch hier mal fürs Einschalten, ich wünsche euch was und ich wünsche euch... Peace.